Gott hasst die Sünde, vor der wir fliehen müssen, die Schrift berichtet, wie Israeliten gegen Gott rebellierten, denn so hatten die Kinder Israel gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie unter der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie hatten andere Götter gefürchtet und waren in den Statuten der Nationen wandelt, die der Herr vor den Kindern Israel ausgestoßen hatte, und der Könige Israels, die sie gemacht hatten. Auch die Kinder Israel taten heimlich gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht richtig waren, und bauten sich in all ihren Städten, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt, Höhlen. Sie stellten sich auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum heilige Säulen und Holzbilder auf. Dort brannten sie Weihrauch auf allen Höhen wie die Nationen, die der Herr vor ihnen weggetragen hatte, und sie taten böse Dinge, um den Herrn zum Zorn zu provozieren, 2. Könige 17, 7-11 Aufgrund der Sünde der Israeliten erlaubte Gott den Feinden, sie in fremde Länder zu bringen. Der König von Assyrien lud Bürger anderer Länder ein, im Land Israel zu wohnen. Da brachte der König von Assyrien Menschen aus Babylon, Kuta, Abba, Hamad und Sefa bei ihm und stellte sie in die Städte Samarias anstelle der Kinder Israel. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten, 2. Könige 17 Uhr und 24 Minuten, Lektion, Gott ist geduldig, liebevoll und verzeihend, er kann jedoch gegenüber reulosen Sündern hart handeln. Der Schöpfer kann beschließen, seinen Schutz von jedem seiner Kinder zu entfernen, die sich weigern, von seiner Bosheit Busse zu tun. In der Zwischenzeit können die Feinde leicht die Gelegenheit zum Angriff nutzen. Deshalb müssen alle Kinder Gottes sich bemühen, Gott jederzeit zu befriedigen, damit sie seinen göttlichen Schutz genießen können. Gebet, lieber Gott, bitte lass mich dich nicht zum Zorn provozieren. Lass mich stattdessen ein heiliges Leben führen, damit du mit mir glücklich sein und mich segnen kannst. Denn im Namen Jesu Christe mache ich meine Bitten. Amen Amen